Bietet für Neapel, bietet für Italien, bietet für Europa, bietet für die Kanarischen Inseln, bietet für Venedig. Botschaft von Gottvater an Myriam Corsini in Carbonia, Sardinien, Italien am 26. Mai 2024 Freu dich, Stern der Liebe, Gott ist mit dir. Mache weiter mit dem Werk, gib nicht auf, Satan stört die Herzen meiner Kinder, aber ich werde eingreifen, bevor er sie mitnimmt. Luzifer ist derjenige, der dem Himmel den Krieg erklärt hat. In der ihm zugestandenen Zeit hat er die Menschheit auf den Kopf gestellt, es ist ihm gelungen, viele Herzen zu erobern und heute versucht er seinen letzten Schlag, den tödlichen, und wenn Gott nicht eingreift, wäre das das Ende von allem. Meine geliebte Tochter, ich habe den Wunsch, meine Geschöpfe nahe bei mir zu halten. Ich werde der Zeit zuvorkommen, indem ich eingreife, um die Menschheit zu reinigen und aufzuräumen, was Satan mit Sünde beschmutzt hat. Geliebte Kinder, bereitet euch vor, die Stunde der Trennung ist gekommen, diejenigen, die mich als Gott, den Schöpfer, erkannt haben und mir nach meinen Gesetzen gefolgt sind, werden die Gnade haben, in das neue Zeitalter einzugehen, um mein unendliches Gut zu genießen, während diejenigen, die mich verleugnet haben, in die Welt vorzuziehen und Luzifer zu folgen, siehe, sie werden in seine Wohnstadt des ewigen Feuers gehen. Bietet, meine Kinder, bietet für Neapel, er wird im großen Feuer erwachen. Bietet, meine Kinder, bietet für Italien, es wird ein großes Erdbeben erleben, es wird von Meer zu Meer durchquert werden. Bietet, meine Kinder, bietet für Europa, die Stunde seines großen Leidens ist gekommen. Bietet für die Kanarischen Inseln, sie werden von Meer überschwemmt werden. Bietet, meine Kinder, bietet für Venedig, das Meer wird es verschwingen. Bietet, meine Kinder, der Antichrist ist im Begriff, sich der Welt zu präsentieren. Mit seinem Charme wird er viele Menschen in seinen Bann ziehen. Er wird sich in der Gestalt eines Lammes präsentieren, aber wisst, dass er der böse Wolf ist. Bietet, meine Kinder, bietet den heiligen Rosenkranz, beid euch dem unbefleckten Herzen Maria, der Mitterlöserin im Werk der Erlösung. Bald werdet ihr einen großen Aufruhr vom Himmel hier hören, bereitet euch vor, kleidet euch mit Reinheit, damit Gott euch im Geist und in der Wahrheit erneuern kann. Die früheren Dinge werden verschwinden, um Platz für die Dinge Gottes zu machen. Die Menschen werden ein anderes Leben kennenlernen, die Verwandlung in Kinder Gottes erfahren und die Dinge Gottes genießen. Legt die alten Dinge ab, zieht das neue Gewand in euch an. Bereitet euch auf die Entrückung vor. Kommt zu mir, o Menschen, bekehrt euch. Ich bin